Am Samstag, den 11. Juli, laden wir zu einer internationalen Live-Veranstaltung ein. Aus den USA Julia Wallace und Mike Papas. Aus Frankreich Anas Casim. Aus Brasilien Marcelo Pablito und Leticia Parks. Mit Grußworten aus Großbritannien, Deutschland, Chile und Bolivien. Wir schließen uns der weltweiten Welle an, die sich gegen alle Formen des Rassismus stellt und sagt, Schluss mit Polizeigewalt. Wir unterstützen die Kämpfe der Jugend, der Arbeiter in Klasse und aller Unterdrückten, die unter den schlimmsten Folgen des Coronavirus leiden und gegen sie kämpfen. Die KapitalistInnen sollen für die Krise bezahlen. Veranstaltung in sechs Sprachen. Präsentiert von Nikolas Delcaño und Miriam Breckmann. Schalte ein. Für eine internationale, der sozialistischen Revolution. Internationales Netzwerk von Klasse gegen Klasse und La Esquerda Diario.